Super Mario Bros. der Kinofilm ist seit gestern offiziell in den deutschen Kinos gestartet und schon bricht der kleine Klempner ein paar Kinorekorde. Wir lesen es hier und gehen mal gleich ein Stück weit runter. Der Super Mario Bros. Film begeistert Deutschland, denn mit über 260.000 Besuchern ist die Animationskomödie gestern nicht nur direkt an die Spitze der deutschen Kinocharts gesprungen, sondern brach dabei auch gleich zahlreiche Rekorde. So erzielte der Film den bisher besten deutschen Kinostart des Jahres. Zugleich handelt es sich hierbei um den besten Start nach Umsatz und Besuchern seit 2020 in Deutschland und weiterhin kann der Blockbuster sowohl den besten Starttag eines Films von Universal Pictures und Illumination Entertainment als auch den umsatzstärksten Start eines Animationsfilms aller Zeiten verzeichnen. Und jetzt heißt es natürlich vor dem langen Osterwochenende Let's Go! Also meine Freunde, geht ins Kino, wenn ihr mal wieder Spaß haben wollt, die Seele baumeln lassen wollt, den Alltag vergessen wollt, egal ob mit Kids oder auch ohne, ich verspreche euch, ihr kommt ja nicht aus dem Film raus, ohne mindestens zwei, dreimal richtig herzhaft gelacht zu haben. Es ist natürlich nicht der allerbeste Animationsfilm und hat auch nicht die tiefgründigste Story oder ausgeklügelsten Charaktere und Entwicklungen, aber es ist ein Super Mario Film. Ich weiß nicht, was erwartet ihr da, außer jede Menge Spaß und gute Unterhaltung und auch natürlich Fanservice, Easter Eggs und das bekommt ihr hier ohne Ende. Also jeder, der schon mal ein Super Mario Spiel gespielt hat, der weiß, was einen hier erwartet und der kann auch davon ausgehen, dass er über die knappe 92, 93 Minuten Laufzeit hier auch bestens unterhalten wird. Gucken wir mal zu IMDb, da sehen wir auch eine richtig gute Bewertung, 7,5 von 10 bei über 5.500 Bewertungen, also die meisten Leute finden das richtig positiv. Natürlich haben wir hier auch ein paar Nörgler, aber die gibt es ja überall. Gucken wir mal zu Letterboxd, da sehen wir auch hier eine richtig gute Bewertung von 3,6 von 5 und auch so würde ich den Film bewerten, 3,5 von 5 Punkte oder 7 oder zwischen 7 und 8 von 10 Punkte. Es ist ein toller Spaß für Groß und Klein. Mal wieder lächerlich macht sich die Plattform Rotten Tomatoes mit ihrem sogenannten Kritikerscore, aber das kennen wir aus der Vergangenheit her und braucht man auch schon überhaupt nichts mehr darauf geben. Gucken wir lieber auf den Audiencescore, das ist der, der zählt und das Publikum findet ihn zu 96 Prozent sehenswert und unterhaltsam. Also wenn das mal nichts ist, da freut uns natürlich dann die Nachricht, dass der Film für das Heimkino angekündigt wurde zum 22.06.2023 4K Ultra HD plus Blu-ray inklusive deutsche Dolby Atmos Tonspur. Das macht natürlich auf jeden Fall etwas her, was mir persönlich allerdings fehlt, wenn wir jetzt hier auch auf die Blu-ray Ankündigung gucken, das ist dann die 3D Version. Denn der Film läuft bei uns in den deutschen Kinos sowohl in 2D als auch in 3D und ich kann mir vorstellen, dass dort durchaus ein paar richtig coole Pop-Out-Effekte am Start sind bei diesem Animationsspaß. Das bietet sich ja regelrecht an. Schade ist das bisher. Man muss abwarten, aber bisher kein 3D-Heimkino-Release angekündigt wurde. Würde einen allerdings nicht verwundern, wenn wir die letzten Heimkino-Veröffentlichungen uns angucken, wo durchaus ein paar Filme in 3D im Kino liefen, aber dann nur noch im Heimkino eben in 2D angekündigt wurden. Zumindest aber in 4K. Also wir haben eine 4K und eine Standard Blu-ray, natürlich auch eine DVD angekündigt. Im Ausland, zum Beispiel in den USA, hatten wir ja bereits ein Steelbook angekündigt. Das habe ich euch schon präsentiert und dasselbe Steelbook finden wir jetzt hier auch bei Amazon UK wieder und ist leider sehr schlicht gehalten. Auch wenn ich Toad hier im Film super genial fand, hatte die Lacher auf seiner Seite. Mega Sympathieträger. Und natürlich ist es toll, ihn hier auf dem Steelbook wiederzufinden, auf der Vorder- und Rückseite. Aber für so einen Film, Super Mario Bros. auch noch, ist es zu wenig. Ich hätte mir hier auf jeden Fall unsere beiden Hauptcharaktere vorne drauf gewünscht. Oder eben dieses Kinoplakat, das wir hier auch vorne haben. Das würde sich mega anbieten für so einen Steelbook. Ja, würde auch dem Film gerecht werden, so bunt wie der eben ist. Aber leider sieht es danach aus, dass das Steelbook eben so überall erscheinen wird. Mal gucken, ob es das auch zu uns nach Deutschland schaffen wird. Der Innenprint kann sich aber hier auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Außerdem haben wir noch eine ganz interessante Edition hier. Nämlich die Power-Up Edition mit dem Stern hier und Aufmachung. Und auch hier mit diesem Aufsteller sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Ist mal was anderes. Wir haben hier die 4K Ultra HD und auch die Blu-ray mit unserem Luigi drauf. Kann sich definitiv sehen lassen. Und da schauen wir mal, ob das Ganze auch bei uns erscheinen wird. Was auf jeden Fall bei uns erscheinen wird, ist natürlich reichlich Merchandise. Das ist doch klar. Wenn so ein Film in die Kinos kommt. Und da hätten wir passend dazu von Lego auch noch eine Bowser 3D-Modell-Bausatzfigur hier. Und die kann sich durchaus sehen lassen, wenn wir uns das Ganze einmal angucken. Und Bowser macht ebenfalls auch hier in dem Film Spaß. Wir haben 29 Zentimeter Höhe. Also 20 Zentimeter nie im Leben. Kleiner Peter, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ihr merkt es. Ich habe einfach nur Spaß. Der Film macht Spaß. Und deswegen ganz klar eine Empfehlung von mir. Geht ins Kino und habt einfach mal Spaß. Unabhängig mit dem殺 so spezifisch in der Bibel. fandom offenses